Hallo Kinder, schöne Grüße aus dem Kindergarten und ganz besonders an die Delfinkinder. Ich habe euch nämlich heute eine Klanggeschichte mitgebracht. Und dazu dürft ihr die Küche von der Mama plündern. Ihr braucht nämlich einen Topf, eine Pfanne, Kochlöffel, das ist so ein Reibeeisen für Zitronenschalen. Und hier habe ich was, das ist selbst gemacht, einen Joghurtbecher mit Sand und der wurde dann mit Papierstreifen und Gleis dazu geklebt. Und jetzt beginne ich mit der Geschichte. Der Frühling ist da und die Tiere werden munter. Die Pferde springen über die Felder. Ein milder Frühlingsregen. fällt auf die Erde. Ein Schmetterling fliegt von Blume zu Blume. Und er schreckt einen Grashüpfer. Der hüpft ganz schnell davon. Es weht der warme Frühlingswind. Ganz, ganz leise hört man auch die Meise. Das ist der Frühling. Kommt alle und singt ihm ein Lied. Und das war die Klanggeschichte. Viel Spaß wünsche ich euch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.